DigiKids ist ein Workshop-Angebot, um Kinder souverän und digitalen Lebensräumen zu machen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine Welt abseits von Tablet und Smartphone-Screen begreifen. DigiKids hilft Kindern, sich in der digitalen Welt souverän zurechtzufinden. Bei DigiKids lernen die Kinder, dass das Smartphone keine Zauberkiste ist. Soing, boing, boing, boing! Bei DigiKids trainieren wir mit Kindern und mit den Eltern digitale Präsenz und digitale Abstinenz. Wichtig ist uns, dass wir digitale Freiräume schaffen. Digital ist cool, analog erst recht. Und das ist nicht nur eine kleine Zeit, sondern wir wollen nicht nur syncheinander steigen.